Die dort im Chat vorhanden sind, wir sind gleich wieder da. Geh mal kurz mit Hund, Gazi. Ich kann leider keine Werbung einblenden, sonst würde ich das machen. Ja, ich kann ja zur Note rundumleuchte anmachen, haben sie Discoleuchten. Ja, richtig, Warnblinker und so, die beam. Also Leute, bis gleich so 5 Minuten, 10 Minuten, ne? Gute Bauern müssen auch mal innen dampfen. Bis, Danny. Ich will auch noch mal ins Bild. Ich hab dann mich hier rausgekickt aus dem Bild. So, bis gleich. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Vielen Dank. 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 Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, aber es geht eigentlich. Ja. 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 Du hast ein lustiges von dir, Was denn? Ah, da ist der dumme Ding! Ah, Headshot! Wollen wir dann mal größeres in der Shell spielen? Ja, nee, das wird nix, weil um spätestens 11 Uhr muss ich den Zwitsch ausmachen. Warum? Weil um 11.30 Uhr macht ein McDonalds zu. Äh, zuzeitig, in Pirna. Ja, ich weiß nicht, was die Sachsen da drauf war. Ach, du willst ja noch mal weg, oder was? Also in Pauzen macht er, in Pauzen, wenn ich mich nicht alle stelle, macht er um 12 Uhr oder um 1 Uhr zu. Ja, Heiko, du gehst gleich ins Bett, du hast noch kein Wochenende und ich fahre jetzt auch nach Pauzen. So, von mir aus... Oh, ich bin voll. Das ist ein Lobig. Was, du haust jetzt noch mal ab? Oder was? Eigentlich ja. Ja, guck mal, das sind noch 10,50 Minuten. Oder besser gesagt, naja... Naja, ich möchte schon ein bisschen Zeit einplanen. Genau, richtige Mucke. Jetzt läuft was für dich, Dominic. Ich habe gemutet. Warte mal kurz, ich muss mal hier kurz... Ich muss ein bisschen lauter machen. Den... Onkel. Richtig geile Mucke, Junge. Unm Gott. Jawoll! What will der mich verarschen? Wzwann hin? ha 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 das ne 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 verpiss dich doch alter eyy! ne was soll ich denn mit so ne scheiße mach das wieder rein! ney Junge! ey Samy's vollgast laut gemacht ney Alter ich mach doch jetzt hier nicht einen auf der Hoopa